Wohneigentum ohne hohes Eigenkapital Der Mietkauf bietet eine smarte Lösung für alle, die ein Eigenheim besitzen möchten, trotz begrenzter finanzieller Mittel. Beim Mietkauf mieten Sie eine Immobilie mit der Option, diese später zu kaufen. Monatliche Mietzahlungen enthalten einen Anteil, der auf den Kaufpreis angerechnet wird. So bauen Sie während der Mietdau Eigenkapital auf. Ein Vorteil des Mietkaufs ist, dass weniger Eigenkapital benötigt wird. Fixe Mietraten sorgen für Budgetklarheit. Mit jeder Mietzahlung kommen Sie Ihren Traum vom Eigenheim näher. Herausforderungen sind höhere Mietraten als bei einer normalen Miete. Eine langfristige Bindung an den Mietvertrag. Am Ende der Mietdau muss der Restkaufpreis finanziert werden und der Wert der Immobilie kann sich während der Laufzeit ändern. Property mit e-flexibel, transparent, risikofrei.